Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei Wetter.net. Ja, heute gibt es zum Teil Schneeflocken bis in tiefe Lagen, vor allen Dingen im Westen Deutschlands, aber auch in der Mitte Deutschlands. Da flockt es teilweise bis ganz runter, aber unterhalb von 200 bis 300 Metern bleibt eigentlich kaum etwas liegen. Auch in Hamburg im Norden ist es mal weiß geworden, aber auch dort taut der Schnee schon wieder ab. Oberhalb von 300 Metern sieht das ganz anders aus. Hier gab es schon bis zu 10 Zentimeter Schnee, oberhalb von 500, 600 Metern teilweise 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Dort sind die Winterdienste im Dauereinsatz, aber nachts gibt es überall Frost, also morgen früh und auch am Sonntagmorgen. Und dann müssen wir auch überall zum Teil mit heftiger Straßenklette rechnen. Doch schauen wir uns erstmal die aktuelle Bilanz für den Januar 2021 an. Hier der Vergleich immer noch mit dem alten Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Und demnach ist der Januar vor allen Dingen hier im Nordosten deutlich zu warm bisher. 2 bis 2,5, teilweise auch 3 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Aber hier im Westen vor allen Dingen und hier im Südwesten sowie im Süden, da liegen die Temperaturen aktuell sogar unter dem alten Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Und auf Gesamtdeutschland gemünzt ist dieser Januar bisher nach den ersten sieben Tagen 1,3 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Er ist also ebenfalls zu warm wie bereits im Dezember 2020. Auch der war ja 2,3 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Aber wir haben seit 1.1. ein neues Klimamittel. Schauen wir uns das mal an. Das liegt bei 0,9 Grad Celsius und der Januar liegt aktuell bei 0,6 Grad. Also nach dem neuen Klimamittel ist der Januar sogar 0,3 Grad zu kalt. Beim Niederschlag gab es bisher 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind 19 Prozent vom Klimamittel. Und es gab bisher zwei Stunden Sonnenschein. Ziemlich mager. Und das sind gerade mal 3 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Zum Vergleich nochmal der Wert der vergangenen 30 Jahre bzw. der alten 30 Jahre 1961 bis 1990. Da hatte der Januar ein Mittel von 0,5 Grad unter 0, also minus 0,5 Grad. Und jetzt liegt das Mittel bei plus 0,9 Grad. Da hat sich also einiges getan. Ja, und der wärmste Januar ist der Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das war der Januar 2007 gewesen mit einer mittleren Temperatur von 4,8 Grad. Wir blicken auf den aktuellen Strömungsfilm. Und hier kommt schon das Hoch Antje Richtung Deutschland gezogen. Und dieses Hoch Antje, das sorgt zum Wochenende für Wetterberuhigung. Die Schneefälle hören weitgehend auf am Samstag und Sonntag. Und nachts wird es teilweise klar sein. Und deswegen kann es über Schnee auch sehr kalt werden. Mit Temperaturen von bis zu minus 8 bis minus 10 Grad in den Mittelgebirgen. Und bis zu minus 15 Grad am Alpenrand. Nun, heute Nachmittag gibt es vor allen Dingen im Süden noch ein bisschen was an Schnee. Da flockt es hier und da noch ein bisschen. Aber so langsam lässt er einen Niederschlag nach. Und zum Samstagmorgen, da fallen dann kaum noch Flocken oder Regentropfen. Dann bleibt es erstmal überwiegend trocken. Und das auch bis in den Sonntag hinein. Ja, und die Ensemble-Vorsage für das Rheinland bis zum 24. Januar, die zeigt sehr schön. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich eine Erwärmung. Die mittleren Temperaturen, die rote Linie, die steigt deutlich an. Teilweise auf 5, 6, 7 Grad. Einzelne Berechnungen gehen rauf auf 10 Grad und darüber. Also im Westen zumindest scheint eine Milderung relativ sicher zu sein. Es gibt kaum noch Berechnungen, die in den frostigen Bereich gehen. Fast alle Läufe befinden sich oberhalb dem Gefrierpunkt. Da scheint also eine milde Phase zu kommen. Zumindest nach der Ensemble-Vorsage vom amerikanischen Wettermodell. Dazu auch immer wieder Niederschläge. Und die würden meist im Westen bis in die höheren Lagen der Mittelgebirge als Regen fallen. Das heißt, dort setzt also Tauwetter ein. Zum Vergleich noch der Blick in den Osten Deutschlands. Ebenfalls bis zum 24. Januar. Auch hier die 2-Meter-Temperatur. Da sieht es etwas anders aus. Zunächst Temperaturen um 0 Grad. Und auch danach erst mal meist um oder nur leicht über 0 Grad. Und dann gibt es auch hier bis zum 24. Januar einen Anstieg der mittleren Temperaturen. Aber hier sind deutlich mehr Berechnungen mit dabei, die auch weiterhin Frost sehen. Aber hier auch viele Berechnungen, die sehen milde Temperaturen. Teilweise sogar über 10 Grad. Ein Irrläufer bei plus 15 Grad. Fast schon ein Frühlingserwachen. Aber das ist wirklich nur ein Ausreißer. Ein Rechenlauf von 30 verschiedenen Ensemble-Mitgliedern, der hier 15 Grad zieht. Dafür auch einer hier, der bis auf minus 10 Grad runter geht. Oder zwei sogar, die auf 10 Grad minus runter gehen. Also da sind auch immer noch Unsicherheiten mit dabei. Das hier wäre nun die Karte der Hoffnung für alle Winterfreunde. Die letzte Prognosekarte vom europäischen Wettermodell. Und zwar Zeitpunkt Montag, der 18. Januar. Also Montag in einer Woche. Und da sieht man sehr schön über Deutschland viel Kälte nochmal. Bis minus 12 Grad in 1500 Metern Höhe. Also das europäische Wettermodell sieht es bei weitem nicht so mild in diesem Zeitraum. Wie beispielsweise eben das amerikanische Wettermodell. Und hier wäre auch die ganz große Kälte zumindest mal in Sichtweite. Hier gibt es Temperaturen von bis zu minus 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Und wehe dann, wenn diese Kälte mal angezapft werden würde, dann würde es wirklich bei uns richtig eisig kalt werden. Aber wie es genau weitergeht zum Monatsende und zum Monatswechsel, das ist heute eben noch nicht ganz klar. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplometologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch gerne immer über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch ein schönes Wochenende. Tschüss und noch ein schönes Wochenende.